Mein Name ist Sebastian Frager und ich bin Simulationsingenieur bei AVL im Bereich autonome Fahren. Ich als Simulationsingenieur im Bereich autonome Fahren bin zuständig für die Validierung, Optimierung und Absicherung von autonomen Fahrfunktionen. Dazu verwenden wir sehr viele Simulationstools, die wir miteinander verbinden, um ein großes Simulationsmodell abzubilden. Und deswegen muss der Simulationsingenieur wissen, welche Komponenten er anwendet, wie er sie verwendet, was diese ausmacht und wie man sie richtig parametriert. Ich bin zur AVL gekommen im Jahr 2014 als Bachelorpraktikant. Im Zuge meines Studiums an der FH-Journeum bekam ich einen sehr guten Kontakt mit dem Racing Team und mit der Former Student und das hat mich gleich mal fasziniert. Und durch die sehr gute Zusammenarbeit im Bereich Entwicklung und Software mit der AVL kam ich in den ersten Kontakt mit dieser Firma. Unter anderem verwendeten wir als Vehicle Dynamic Simulation Software AVL VSM. Und genau diese Software wird in der Abteilung entwickelt, wo ich mich dann später als Praktikant beworben habe und glücklicherweise genommen wurde. Die Firma Student ist ein internationaler Rennwettbewerb, aber es ist nicht nur ein Rennwettbewerb, sondern man muss auch dieses Wissen, was man sich theoretisch angeeignet hat, in die Tat umsetzen. Und bei jedem einzelnen Bewerb wird dann eben das Wissen abgefragt, warum, wieso, weshalb hat man ein Bauteil genau so designt und welche Vorteile hat dieses Bauteil. Meine Aufgaben im Racing Team erforderten vor allem sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, ein sehr gutes Organisationstalent, interdisziplinäres Denken, denn ich war verantwortlich, dass die einzelnen Baugruppen miteinander reden, dass alle Bauteile am richtigen Ort sind. Diese Kommunikationsfähigkeiten, dieses interdisziplinäre Denken hilft mir im derzeitigen Job sehr viel weiter, denn es ist im Endeffekt sehr ähnlich zur Form der Student, da ich viele einzelne Bauteile und Komponenten und viele andere Departments mit einbeziehen muss und mit den Leuten reden muss, Wissen zusammenziehen muss, damit am Ende die Arbeit auch wirklich vorangeht. Die Vorteile des Unternehmens AFL sind, es ist immer noch ein Familienunternehmen, obwohl es ein international tätiger Konzern mit sehr vielen Mitarbeitern ist und in den einzelnen Departments herrscht dann fast ein familiäres Verhältnis. Man redet mit den einzelnen Leuten auch über Privates. Dieses familiäre Verhältnis, was in AFL herrscht, herrscht ja auch in Form der Student Racing Team und es ist sehr schön, jedes Jahr immer wieder die gleichen Gesichter zu sehen. Es sind immer noch die gleichen verrückten Leute, die Form als Student immer noch genauso lieben. Einfach dieses Rennfeeling im Kleinformat und man stößt immer wieder auf technische Neuerungen, die einen faszinieren, denn was motivierte Studenten zusammenbringen können in einem Jahr, das ist einfach faszinierend.